Ich bin die Mainzer Manatidis, bin 31 Jahre alt, komme aus Fiesen und alle, die mich kennen, wissen, ich werde ja nie gerufen. Ich bin sehr direkt. Ich glaube, das weiß jeder von daher. Das ist eine ziemlich einfache Frage. Ein gesünder Maß an Macho. Ich finde Macho immer so abwertend. Das Wort, das ist für mich. Ich bin charmant, ich sage mal so. Ich bin ein sehr charmanter Mann. Auf die anderen Kandidaten. Ich bin gespannt, wer so alles mit mir erleben wird. Tatsächlich vor gar nichts. Ich stelle mich jeder auf Herausforderungen. Und mir gefällt es immer sehr, bevor ich Angst hatte. Ganz einfach.